Gehen wir mal mit Jolga. Es ist besser als die Räume auf der Straße. Ich denke. Ich wünsche mir nur ein Mittelgrund. Ein bisschen weniger Geheimnis, ein bisschen mehr Warprep. Es wird passieren. Once es gibt etwas, die Leute können helfen. In der Zwischenzeit, sie ignorieren die Unschacklede A.I. auf der Presidium. Sie sind in eine Probleme? Nein, nein, sie ist meine Mobility Assistance Mech. Dank an Vraulich-Syndrom, ich bin legal, sie zu überall zu bringen. Endlich bekommen sie ein wenig Geheimnis aus diesen Wettbewerben. Ich bin sicher, dass sie gut auswählen wird, um die Begriffe zu sehen. Ah, sie hat ein bisschen Gewalt gewonnen. Ist es Zeit, um die Normandie zurückzukehren? Ich bekomme die Frequenz mit erhöhter Frequenz. Ähm... Gar nicht, okay. Wir reden doch mal mit Oraka. Commander, unless you can find a new source of weapons for CSEC, I'm putting together a task force to stop the blue suns myself. I'll get you your weapons, General. I appreciate the effort, but I've spent too much time out of action, Commander. Won't be able to sit on my hands much longer. Morden werde ich den nicht. Auf keinen Fall. Da besorge ich lieber die Artefakte. Jo... Hier wäre dann schon mal alles erledigt. Soweit, wie es halt geht. Genau, Moment. Hm... Logbuch. V? Nee, okay. Muss ich selber gucken. So... Hm... Hier, jetzt ist Sane. Erneut? Nee. Dann gehen wir nochmal unten in die Flüchtlingsunterkunft. Und reden mit Sane. Sane. Wo hält denn sie auf? Auch bei 5. Okay. Mit was für Leuten hängt denn der Gareth ab? Mit was für Leuten hängt denn der Gareth ab? Mann? Get ready for trouble. Not here for that, Sane. Just want to talk about Jonas Sedaris' release. Oh. You're the one coordinating that, right? My idea, you know. Arya came to me looking to gain Eclipse support. I'm leveraging it to bust the boss out. Sane. Okay. You should run Eclipse. Huh? You can do it. Leave Sedaris locked up and make the deal with Arya yourself. Hm. Arya would be a step up. And you think she'd let me run things? I don't see why not. Right. Right. Then that's the plan. Keep Sedaris in jail. I'll call Arya right away. Good man. Good man. Okay. Okay, wir reden mal mit Arya in Purgatory. Gibt's hier Shops? Da ist ein Shop. Ich guck mal eben da kurz. Weiß gar nicht, ob man die Artefakte finden muss oder kaufen muss. Ja, wie gesagt, ich guck mal lieber. Schrotflinte? Ne, okay. Gerne. So, das wäre auch erledigt. Blue Suns muss halt noch warten. So, wir gucken mal kurz auf die Karte. Nix. Na ja, muss warten. Muss warten. Okay. Dann schnapp ich mir mal so einen Rapid Transit. Wollen wir so eins? Haben wir hier keins? Ich weiß, am Purgatory war was. So, sind die markiert? Nö. Okay, die sind nicht markiert. Dr. Brysons Labor. Boah. Sind wir mit der Citadel erst mal soweit durch? Ich weiß, was ich? Ich weiß, was ich nicht. Ich wünsche euch das gegen alle bestimmte Ort, und aufhörte die Mappe. Sie haben die Team für ein Prozess. Ja, Herr. Kommandant Shepard, wir haben dich erwartet. Ein Moment. Und Hadley, könnt ihr die Leviathan-Data für uns? Ich bin Dr. Garrett Bryson, und das ist Task Force Aurora. Was ist dein Assignment? Unsere Mandate ist zu investigieren legends, rumors, old stories über die Reapers, bevor jemand wusste sie existieren. Das ist ein Interessantes Ziel. Aber ist jemand, dass die Reapers existieren? Die Alliance ist noch nicht für Intelligenz. Die Reapers, ihre operativen Taktik, alles, was uns einen Weg geben kann. Und wie bist du in der Lage? Wenn die Rest der Galaxie sagt, dass etwas nicht existiert ist, ich nehme das als eine Chance, um es zu prüfen, dass es so ist. Also bist du für die Herausforderung? Für die Wahrheit. Selbst als 2148, Humanität immer glaubte, dass Aliens ein Myth waren. Das war in meinem Leben. Als das Myth war, dass das Myth eine Realität ist, unsere ganze Geschichte verändert. Die Reapers waren ein Teil von der Realität, auch. Aber auch sie haben eine Geschichte, Commander. Wenn wir nur herausfinden können, es gibt vielleicht eine Krankheit, die wir verwendet haben können. Wir können die Arbeit nutzen, drei Jahre vorhin. Ja. Wenn die Leute mehr auf die Protheon-Beacon betrachten können, dann könnten wir nicht in dieser Krieg. Aber jetzt, mit neuen Informationen, wir herausfinden, ein Verbrechtnis ist nah. Adley, hast du die Daten? Nein! Das ist Commander Shepard. Ich brauche Seasek, meine Position, jetzt! Ich brauche dich nicht hier sein. Die Schmerzen kann nicht zu verbrechen. Die Schmerzen bezeichnen, dass der Name ist Derrick Hadley. Er hat hier gearbeitet, ein paar Monate. Shepard, ich habe ein Seasek-Alert aus diesem Ort gegründet. War du verletzt? Ich bin gut. Aber ich kann deine Hilfe nutzen, E.D. Mal schauen, ihre Daten. Ich muss wissen, was diese Task Force war. At once. Was? Ich... Was ist passiert? Du sagst mir. Ich habe unsere Daten, als du gekommen bist, und dann... Es war... ...dark. Cold. ... ... ... ... ... Und dann? Ich weiß nicht! Eine Schlange war in meine Hand. Dr. Bryson... ... 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 und ... ... ... ... Ich habe das nicht gemacht. Das war nicht ich. Du musst das glauben. Also jemanden hat diesen Trigger gemacht? Aber ich würde niemals das tun! Commander, das sieht aus an Behandlung an Indoctrination. Indoctrination? Ich? Was ist das Leviathan, die Bryson erwähnt? Wie ist das das? Es ist eine Art von Kreatur. Unsere Feldteams haben ihn verfolgt. Das Artifakt kam von unserer Forscher, Garneau. Er hat einen Audio-Log, wenn du... Gah! Gah! Was ist falsch? Turn zurück. Was bist du? Die Schmerzen kann nicht werden. Dammit! Geh sie nach der Klinik. Wir sehen, ob sie können uns was ist mit ihnen. Ja, Sir! Commander, du solltest das sehen. Es ist eine Angelegenheit von Dr. Bryson zu Admiral Hackett. Dr. Bryson, hast du ein Update? Admiral, die Leviathan des Discs, die wir uns beschäftigen. Ich denke, wir sind wirklich auf etwas. Gib mir das Brief. About 20 Jahre lang. Die Batarien haben eine Reeper-Korpsen, die in der Kriege zerstört. Sie haben ihn verletzt und verletzt, dass es nicht existiert. Aber ich bin über die größere Implication. Was könnte den Reeper-Korpsen in der ersten Zeit? Genau. Das ist der reale Leviathan. Das ist wert. Das ist wert. Es ist wert. Ich glaube, die Leviathan ist nichts weniger als ein Reeper-Killer. Es ist fast ein Apex-Predator. Und es hat sie nervös. Wenn wir ihn einfach finden können, imagine den Impacten auf der Kriege. Ich bin Formel-Korpsen-Reeper-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen. Das Gegenteil von meinem Gegenteil ist mein Freund. Das ist vielleicht relevant. Aber wir wissen nicht, wenn wir ihn fliegen können. Brysons Assistent sagte, dass sie ein Log von ihren Fieler-Korpsen-Korpsen bekommen haben. Es kann mehr Informationen geben. Servers again, wie ein Kopf von denen. Oder halt wie ein Husk. Geht auch. Okay, hier ist sonst nichts. Weilens Behen, das ist meineassie. Vielleicht kann ichIL die Reeper-Killer uns die Bewegung. Ich kann schon mal schicken. Garne ist unser Levin wie für die Läuphiathin-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen-Korpsen. Kein Wiese das Geld dafür, aber er hat nicht so weiterzummen. So, wie können wir es nachdenken? Bryson und seine Kollegen haben sicherlich ein Galaxie-Maps-Searchprogramm in ihrem Gehund für Leviathan. Es kann uns helfen, Garnot zu lösen. Does this tell us where Garnot went? No. But we may be able to narrow down his location, n. if we find clues he was using in his search for Leviathan. These are all murders in which the accused lacked a known motive and claimed memory loss. Just like Bryson's assistant. You think Garneau was following a trail of blackout crimes? It is possible. We need to find data matching dates and locations for crimes of this nature. Here's the time and date chart for the crimes. Can you filter for murders where the killer claimed memory loss? Adding the search filter. You may examine the results on the Galaxy Map program. Bryson was tracking unexplained creature sightings. Bryson was not merely tracking sightings. He was attempting to extrapolate a course. And Garneau could have been following that course. Edie, can you add a search filter for systems along that projected path? Adding this search filter to the Galaxy Map. Der Torianer, 17. August, 2185. Der Torianer, einer auf Horus entdeckte Lebensform, ermöglicht faszinierender Einblick in den Lebenszyklus einer wahrhaft fremdartigen Spielsees. Im Gegensatz zu gewöhnlichem intelligenten Leben nutzt er keine Massenportale. Er dürfte somit keinerlei Interesse an proteanischen Artefakten haben. Commander Shepard behauptet, Reaper-Feinde hätten von Reapern kontrollierte Technologie genutzt, um das Leben so zu züchten, dass es sich in vorhersehbaren Bahnen entwickelt. Der Torianer bildet eine Ausnahme von dieser Regel. Er hat sich so entwickelt, dass er organische Hilfsmittel anstelle konventioneller Technologie nutzt. Leviathan muss ihm in gewisser Weise ähnlich sein, wenn er es geschafft hat, so lange unentdeckt zu bleiben. Der Torianer hat Schmerzkonditionierung eingesetzt, um seine Opfer zu kontrollieren und sie für körperliche Arbeiten zu nutzen. Beinahe so, wie ein Mensch seine Hände und Finger nutzen würde. Commander Shepard behauptet, die Reaper würden dasselbe mithilfe eines anderen Prozesses namens Indoktrination tun. Leviathan, was auch immer er sein mag, muss eine ähnliche Methode benutzen. Ähnliche Methode benutzen. Ähnliche Methode benutzen. Ähnliche Methode benutzen. Wobei es nicht verwendet werden, wie ein F-T-L-Trävel ist, Element Zero wird nach ein paar Jahren verwendet werden. Wenn Leviathan ist alt genug, muss er sich verwendet werden. Okay. Kannst du mir einen Suchfilter für Locationen mit Element Zero geben? Adding the search filter now By Ann Bryson, age 9 This does not seem relevant at the moment Looks like data on the Rachni March 7th, 2186 I'm looking at the Rachni Their movements during the Rachni wars suggest alien influence But the timing is wrong And Rachni weren't implanted with Reaper Tech What if Leviathan was preparing the Rachni to fight the Reapers? What do you think, Edie? It is possible that Bryson's team is using ancient Rachni fleet activity to find Leviathan We saw a data pad containing data on Rachni movements earlier It may be relevant The Rachni data Can you add a cross reference for locations of sightings? Adding it now Okay By Ann Bryson, age 9 This does not seem relevant at the moment Doctor Bryson Per your request I'm clearing Task Force Aurora For intercepted Batarian communications Regarding the Leviathan of Dis Commander The Dreadnought is in custody But the Salarians may have surveillance footage Our ambassador will issue a full denial Give me your preliminary analysis Several million years old at least And its technology outstrips anything on the Council Excellent Our scientists will work day and night To bring its secrets to the Egemony Unconcerned Commander A real Leviathan of Dis The thing that destroyed the ship is still out there Unaccounted for Irrelevant The ship is our priority And as far as the rest of the galaxy is concerned There is no Leviathan of Dis There was There never was Oh Lohnt sich immer ein bisschen umzuschauen, ne? Okay, müsste eigentlich gereicht haben, oder? Element Zero Deposits Based on the search results Garnow is in one of these five systems I have marked the Normandy map with possible locations We can leave now Unless you wish to further narrow the search Arachne activity No results Some of our search parameters may be irrelevant Blackout crimes No results Some of our search parameters may be irrelevant Okay No results No results Some of our search parameters may be irrelevant Okay No results No results Some of our search parameters may be irrelevant Okay What's up? Vanguard of our destruction How's that working out for you, big guy? No 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 You think it's relevant You think it's relevant? Possibly But it is impossible to say without more data And the decryption key No Sir, this is Bryson We know the Reapers are after Leviathan Studying Reaper hunting patterns could be vital to finding it That data is classified top secret, Dr Bryson If it falls into the wrong hands It won't, the data is encrypted I'll keep the decryption key safe Close to my heart Close to his heart Close to his heart What the hell does that mean? The Reaper fleet activity is encrypted Per Bryson's statement in the log He said he was keeping the decryption key close to his heart The Bella By Anne Bryson Age 9 Records indicate Anne is now 28 She works for the alliance Bryson was keeping the decryption key close to his heart What's closer than family? An interesting hypothesis But I detect no trace of the decryption key in this Art Oben war auch noch ein Bild Another piece of Anne Brysons childhood art Wait a minute Well take a look at that I can use these numbers to construct a decryption key Alright, let's get back to the data pad we found earlier Decryption complete, analyzing data Yeah These movements do not match the standard invasion pattern The Reapers are searching for something And I'll bet Garnot used this intel Can you make a search filter for it? Doing so now Okay Hey, passt zu den Reapern also nicht Reaper activity No results Some of our search parameters may be irrelevant Eines fehlt doch noch Is this Prothean? Yes I believe Dr Bryson and Leora would have had much to discuss Can you add a search filter for locations known to have Prothean ruins or artifacts? Of course No results Some of our search parameters may be irrelevant No results Some of our search parameters may be irrelevant Element zero deposits Reaper activity Mano ma Five possible systems Artefacts No results Some of our search parameters may be irrelevant Element zero deposits No results Some of our search parameters may be irrelevant Arachnia activity No results Some of our search parameters may be irrelevant What? Blackout crimes? Rachni activity No result Some of our search parameters may be irrelevant Alien-Sichtungen. Keine Resultate. Einige unserer Suchparameter sind vielleicht irrelevant. Gut, wir gehen mal zurück zu Normandy. Natürlich. Komm schon, Dad. Okay. Commander. Hallo, Shepard. Aber wir schauen uns trotzdem um. Dum 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 dum. Da ist unser Weltraum, wir haben es da wieder. Sweet. Wir haben jetzt auch automatische Fütterung. Okay. Hallo, Commander. Hallo, Dr. Chakwas. Es gibt neue Informationen über die privaten Messungen. Terminal. Telefonat zwischen Kasumi Goto und Professor Scott Olausen. Ah. Hallo, Professor. Erinnern Sie sich an den einzigartigen Punkt-zu-Punkt-Komm-Server, von dem Sie neu sprachen? Haben Sie Informationen darüber, wo er sich befindet? Ich habe etwas besseres. Sehen Sie mal vor Ihrer Tür. Ich. Aber dieser Server ist in einer Servos-Anlage. Jetzt nicht mehr. Das ist von unschätzbarem Wert für den Tegel. Danke, Miss Goto. Sie sind der brillante Astrophysiker-Professor. Ich bin nur eine Tech-Expertin für abseitige Aufgaben. Sie würden übrigens nicht glauben, wie viele Credits selber es einfach so herumliegen lässt. Schön, dass Sie wiedersehen, Shepard. Einmal wieder, Baby. Klar. Na, ab ins Maschinendeck. Wer war hier nochmal? Ach jo, die beiden... Oh, da jetzt. Nice. Wie bei den. Wie bei den. Wie hat er? Wie ist Enginheer Donnelly arbeiten? Der Kind hat Talent. Jetzt kann er sich nur lernen, um ihn zu verbrechen. Problems? Entschuldigung, Commander. Donnelly ist... ...Dedicated, ...Knowledgeable, ... und erinnert sich auf seine Seite. Ich bin glücklich, dass er auf meinem Team ist. Ich könnte eine Sprache oder so über die Ressenzierungsschreiche, ... aber ich habe ihn schon vorhanden. Kein Problem. Wie ist Enginheer Daniels? Sie? Ich mag sie. Sie ist stark, ... und weiß Propulsions-Theorie besser, ... als viele Physikisten, ... und sie ist leicht zu arbeiten. Ich habe sie mit, auch. Sie haben immer gesagt, ... du hast einen Augenblick für Talent. Sie hat eine gute Arbeit gebracht, ... zu den Allianz zu bringen. Ich gehe auf, Adams. Aye, Aye, Sir. Aye, Aye, Sir. ...